Ah, wie sie sich, wie sie sich, wie sie sich recht verpissen, wie, wie, keine Ahnung, wie Kakerlack, wenn du das Licht anmachst, ey, boah, sofort, äh, oh mein Gott, ich bin angezündet worden, ich muss weg. Scheiße. Was ist da wahr? Ja gut, ich glaube, es wird auch jeder normale Wendelsfeuer geben, wenn er so einen Feuerballs ins Gesicht bekommen würde. Zomboss Energy mit echten Gehirnen für Champions, ja, Champions! Soll das jetzt lustig gewesen sein? Nein, ich, ich wollte einfach irgendwas anderes. Das war die dümmste Anleitung, die ich seit langem gesehen habe. Ja, das war von mir. Er sagt zu mir, lass uns mal einen den Poche anfangen. Ich dachte jetzt, boah, es kommt irgendwas cooles, dann kommt wieder so, Entschuldigung, dass ich nicht immer denke, dass du ein Blödkopf bist, verdammt, jetzt haben wir uns gegenseitig getötet. Rico! Dich belebe ich nicht wieder. Ja, scheiß auf dich, ich wollte mir so nicht wiederbelebt werden. Lass mich doch nicht von so einem kruppigen Noob wiederbeleben, zumal der Teleporter verfügbar ist. Jetzt einfach durchspazieren, denn die Leute, die Leute laufen ja für mich nach vorne, um die Teleporter zu bauen, denn ihr will ja alle wissen, ich bin sehr fame und sehr cool. Also so unlustig wie er ist, äh, Angela Merkel. Gut, ich splot den... Angie! Wie Angie? Ey, was schießt du, ja? Alter, was schießt du dahinten, ja? Schmach splatt! Ich weiß gerade wieder den Namen, von wem das nicht gewünscht wurde, weil ich, äh, seine... Hey, du lösst den Namen nicht mehr vor! Was soll denn das? Was ist ja voll die Scheiße von dir! Ja, fress mich, los, fress mich. Achso, der will mich gar nicht fressen. Wer will den anderen hier fressen? Wo ist der denn jetzt hin? Ach, da unten, der will dich fressen. Fress ihn! Haha, ist getötet! Wie nett ich sogar noch bin. Guck mal hier. Ja, komm. Oh, schade, jetzt fasst er mich. Alter, wieso kann der noch leben? Will der mich verarschen? Hoppa! Krass, ich hab ihn noch besiegt. Aber wie konnte der noch leben? Ich hab mir dreimal noch den aufgeschossen, also egal. Ja, wer ist ja das Opfer? Wer ist zuerst gestorben, bitte? Ja, ich bin nur gestorben, weil ich dich retten wollte, weil ich, weil ich kollegial sein wollte. Kollegial? Gruppiger Noob, du. Garten-Auerungsvorlage. Irgendein Zombie von mir erobert gerade den Garten. Und hat es sogar noch geschafft. Ist das ein Junge dumm? Okay, der hat seine Mausempfindigkeit so weit runter, dass er einfach gar nichts mehr trifft. Hmhm. Bewegt dich wie so ein alter Mann, weißt du? Oh, komm, warum schie... Guck mal, du hast es wieder nötig, ne? Du hast es wieder nötig. Also, du hast es wieder nötig, sagt mir eigentlich bei was anderem, aber okay. Ja, du hast es aber auch wieder nötig. Wieso? Ich mein, ich hab den Chip 12... Wieso, wenn man einfach besser ist, wenn man einfach besser ist, dann kriegt man halt den Kill, ne? Das hat nichts mit besser zu tun. Auch wenn es der letzte Schuss immer ist und sich mal den Kill angeblich erklaut. Man hat den letzten Schuss gesetzt, man ist eindeutig der Bessere gewesen in dem Augenblick. Ist einfach so. Ist einfach so. Da guckt da wieder jemand aus dem Loch raus. Da hat wieder keiner Bock heute. Halt mal stehen, du gruppiger Noob. Ich will mal eine Bohne auf dich schmeißen, na scheiße. So viel schlecht, ne? Eine Bohne, vor allem eine Bohne, weißt du? Voll die Bohne. Ah nein, eine Zucchini, ach, da macht die Zucchini kaputt. Ah, Zucchini. Ah, hier ist der Kackknus, der läuft gegen die Wand. Guck mal her. Wer läuft der hin? Guck mal, wo der hinläuft. Ja, wurde gefressen, Buckler. Wo kam der denn jetzt her? So ein Mist, schon das zweite Mal, dass der mich gefressen hat. Bin ich so lecker? Ich hab grad schon gedacht, ins Wasser zu springen, weil ich Angst hatte zu sterben. Aber ich hab den noch bekommen. Oh, die belebt ihn echt wieder. Direkt an deren Spawn. Auf den Schiffen wird jetzt grad einer wiederbelebt. Auf den Schiffen? Auf den Schiffen. Da hinten. Seht ihr das? Was ist das? Hä? Was ist das da unten? Das sind zwei Schüsse von der Tankkaktier oder so. Äh, von der Zückungskaktier, oder? Sieht total komisch aus. Irgendwie aus. Brenne! Du elendiger Bärenwerfer, du! Was willst du denn hier? Zur Heilung? Ich kriegste Heilung. Ah, genau. Springen wir einfach nach vorne. Ich setze bald nicht mehr die Heilung, weil ich irgendeinen heilen will. Ich scheiß da bald drauf. Echt? Lass mal auf den E-Mal weiter. Achte nicht auf ihre AP. Ja, das hab ich genau gesehen. Das war gegen mich. Du hast grad... Ich saß grad aus mit dieser Frau bei Titanic in dieser Endszene. Naja, du mich auch. Geil! Ja, schieb dir recht. Du bist selber schuld. Idiot. Noob. Das hört doch nochmal auf. Wenn ich jetzt einen Kommentar sehe, dann... Äh, Tuba, bitte nicht wieder den Outlaw-Haten. Der holt doch immer rum. Der hat angefangen, ja, nicht ich. Wer hat das denn geschrieben? Welcher... Ja, natürlich. Welcher Idiot hat das denn bitte geschrieben? Ich. Naja. In deinen Träumen. In meinen Anhalt-Träumen. Ja. Alter, macht euch gefasst, dass ihr jetzt dieses Facepump-Video gleich wieder sehen werdet. Hä, haben die doch schon. Ja, weil das Coole war ja... Das Coole war ja... Ich glaub, ein oder zwei Leute dachten, der wirklich hätte das gemacht, weil ich die Bono so schlecht geworfen habe. Aber war das eigentlich nur wegen deiner dämlichen Aussage. Mit... Mit... Man freut sich ja wegen... Man freut sich ja, wenn die Nase frei wird, wie man... Ob, wenn man einen Orgasmus kriegt oder sowas. Keine Ahnung, ich hab das nicht mehr so ganz im Kopf. Ja, ich schon. So richtig dämlicher Kommentar einfach. Ben, war gut, ja? Ja, der war so gut, ich hab mich kaputt gelacht. Hab nur noch gesehen. Hey, was soll das da oben, hä? Hacken-Penner da oben. Der tot? Hä? Ja, der ist tot, okay. Passt. Warte, Dicker. Willst du eine Bombe machen? Yes. Boah, Junge. Er ist eine Bombe. Ist eine Bombe. Ja, klar. Ja, klar. Siehst du das? Ey, was ist das denn für ein Cheater? Schießt der durch die Dingens da durch? Ich glaube, es hackt. Ja, heckhaft. Cheater, echt, ey. Nach hier hoch kommst du nicht, ne? Da kommt auf jeden Fall keiner hin. Da oben eine Drohne. Boah, what the fuck? Heil mich, hallo. Wie geil schießt denn hier auf mich? Auf dem Dach da hinten, war gerade eine MG auf. Nö, scheinlich nicht. Heimlich nur selber. Ja, du bist so ein Haul-Kopf. Ich kann auch bis dahin schießen, eine Pfeife. Idiotenkopf, ey. Wieso? Idiotenkopf kennt da wohl jeder, oder? Ne, das ist voll das zarte Schimpfwort hier. Ja, genau. Du Hurensohn ist natürlich kein, kein Vergleich zu diesem Wort. Das muss man natürlich sagen, ja? Ne, das ist voll, voll locker. Voll locker easy, ja? Ja, gut. Bei der heutigen Gesellschaft, kannst du da wohl nicht mal so ein Recht haben. Ja, ich meine, das wollte ich meinen. Ich glaube, man hört mittlerweile öfters mal, du Hurensohn wie du Arschloch oder sowas. Ja, zum Beispiel im Gerichtssaal habe ich auch schon öfters Hurensohn gehört. Na, ist doch wahr, ohne Scheiß. Stimmt, ey. Okay. Was? Ey, das nehme ich aber persönlich hier, ne? Arschloch da hinten. Arschloch-Wixer, Junge. Arschloch-Wixer, Hurensohn. Deine Eltern sind Geschwister. Ähm. Wovon, was war das? Wovon, was? Wie? South Park, South Park, die Info, genau. Bewegt er sich denn nicht weg? Ich bin selber schuld, wenn er stirbt. Boah, du blöde Kacktee da hinten. Mich verarschen da hinten, oder was? Ja, Idiot, da schießt er auf mich. Spacko! Oh, hi. Äh, hast du gerade ne Heilung, oder so? Ich bin gerade ein bisschen angeschlossen. Ja, guck mal, wo ich bin, Alter. Ja, ich bin hier vorne. Hier ist ne Heilung. Ist gestorben. Cool, guck mal. Guck mal, der Wissenschaftler hat Vorsicht, aber auch schon mal seine Heilung geschmissen. Ist das nicht gut von ihm? So, ist da oben, in dieser Drecksstunde. Richtiger Profi. Da sitzen zwei kleine Wichskarkeen, ne? So wen ich denn in den Wichskarkeen stehen da? Ja. Ja, dann räum sie weg, Pfeife. Wann ich mich, bin ich zu dumm für? Ja. Oh, komm. Du weißt das selber. Ah, wir sind sich, wir sind sich recht verpissen. Wie, wie, keine Ahnung, wie kakerlack, wenn du das Licht anmachst, ey. Boah, sofort. Oh mein Gott, ich bin angezündet worden, ich muss weg. Scheiße. Ist das doch wahr? Ja gut, ich glaube, es wird auch hier der normale Wendeschreier geben, wenn er so einen Feuerbolzen ins Gesicht bekommen würde. Aber nein, Outlaw meint ich auch nicht. Danke, danke. Nicht in PVZ, was willst du denn? Ach, das ist ja Heilung, cool. Ich brauche Heilung. Jetzt müssen wir uns mal eine Heilung ein bisschen. So, reicht mir. Ich meine sparen. Oh, passt. Ich krieg glaube ich ihm was. Zünden wir ihn gebührend an, den da oben. Wir zünden ihn gebührend an. Ach man, Killclawer, du da hinten. Scheiß, Arranger. Schaffe ich das? Drecksau. Guten Zombie, fast Zombie. Weg. He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he. He? Okay, die Server legen wieder. Ich hab grad ein Killzeichen bekommen, aber kein Sound gehört. Okay. Jetzt hab ich... Hm, okay. Weil ich geh in den Panatholom-Bepfeife. Der ist weg. Ja. Okay, gehen wir mal runter. Lass mal die hier weg. So, die ist weg. Okay, der hinter dir... Ah, Mann. Legt da vor sich Kartoffelminen hin. Wie kann man so behindert sein? Ich sterbe, weil ich mit so viel Blödheit nicht rechne. Ohne Scheiß. Du denkst einfach zu scheiße. Nee, die anderen Leute denken zu beschissen. Und ich lauf dann auch noch in sowas rein. Du denkst einfach so schlecht, dass du nicht mit so schlecht denken kannst. So in etwa. Irgendwie so auf jeden Fall. Nein, die müssen nach vorne laufen. Weil wir keinen Ingenieur haben, wir einen Teleport abaut. Scheiße. Hallo. Was soll das hier? Meine Rotte, mein Kurz des Protests. Oh, auf dem Dach lebt noch eine Erze. Ja, ich seh's. Warum holt die da keiner weg? Wo kommst du die? Nee, die hat mich angezündet. Aber auf der anderen Seite. Lass mal kurz in Ruhe. Ich kann sie von hier hinten perfekt treffen. Ah, sie soll doch ums Eck kommen, die Pfeife. Sie hat sich hier hinten verwurzelt. Ah, du bist so hohl. Du bist so scheiße. Alter, du bist so was von beschissen. Gott, ey. Will der da hoch springen? Kommt der da nicht hoch, ey, die Pfeife. Jetzt kommt sie. Sie kommt von rechts. Hat sich rechts... Wie vier, fünf Leute hier sind, um dieser blöde Scheiß-Erbse zu kriegen. Ich zünd die jetzt an, die Scheiß-Drecksau. Okay, sie ist tot. Weg, Herrgott. Ja, weil alle zu dämig und zu unfähig sind, da hoch zu springen. Hat voll die Hohl-Birnen, ey. Krass, ey. Ohne Scheiß. Die Hälfte der Truppe ist da hinten hin geblieben, um die blöde Dinge zu holen. Gibt's ja wohl nicht, ey. Ich fange hier in Geschisse. Deinem Geschisse? Was? Wie? Ja, da hängt Scheiße. Mein Christ. Warte mal, ich will mal gerade was herausfinden. Was ist das denn bitte für ein Schiff? Was zum Geist das denn bitte für ein Schiff? Wie will ich denn von hier aus sehen, was vor mir ist? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, auch wenn das Lenkrad umgedreht wäre, könntest du schlecht sehen, wo was ist. Nee, wie wäre es, wenn das Lenkrad einfach mal hier oben stehen würde? Hier vielleicht? Dann könnte man doch eher was sehen, aber doch nicht hier. Will ich denn hier was sehen können? Oh, ja, ich habe perfekte Sicht auf alles, was vor mir ist. Achtung, Wand voraus. Ja, also richtig dumm. Richtig dumm und gut. Die, die du es nennen würdest, scheiß Opfer. Ja, richtig blödoid, ey. Ich nehme mich mal außen vorbei. Und sag ich, dass mich jetzt hier hat jemand angezündet, hat diese scheiß kleinen Dingens da. Ah, da oben ist noch... Okay, hat sich erledigt. Hier hinten ist noch eine Erbse. Eine Erbse, eine Kaktär. Ist weg. Oh, nee, nicht schon wieder der. Piss dich. Ja, oben ist noch... Schieß die Drohne nicht ab, schieß die Drohne nicht ab. Heißt die jetzt irgendwo noch mit dem Tier. Da hinten ist noch eine. Hä, diese verkackte Scheiß Erbse da kalt machen. Achtung, Bohne! Boah! Ah, hier ist noch ne Erbse. Ah! Da hinten sitzt noch mein Christ. Okay, ja? Wie seid ihr, ihr seid so dämlich, ey. Ihr zwei, beide noch gestorben hier. Deine Mutter ist dämlich. Die schwingt nach Wacklisch, ey. Deine schwingt nach Maggi. Deine Mutter bohrt im Keller nach Maggi und sitzt hündig, ey. Naja. Deine Mutter steht vor Kick und schreibt, ich bin billiger. Deine Mutter sitzt unter der Kasse in Lidl und macht Piep. Was macht die? Piep. Ah, okay. Ja, ja. Ah, deine Mutter, deine Mutter ist so fett, was ein... Deine, warte mal, warte mal. Deine Mutter, deine Mutter ist, deine Mutter ist wie ein Bob. Da passen sogar zwei bis drei Leute rein. Warum, mach mich, komm jetzt auch mal damit. Ich weiß auch nicht, wie man auf deine Mutter wird gekommen. Ist nicht aber lustig. Ich nicht. Deine Mutter ist wie Google, jeder war mal drauf. Hä, es gibt doch Leute, die waren auf Yahoo und anderen exotischen Webseiten, die kein Schwein benutzt. Was zum Teufel? Wo ist denn hier ein Dingensalter? Kann doch nicht sein. Boah, diese Kaktee, der hinten geht mir tierisch hart auf den Sack, ne? Jetzt bist du gegen ein Mikro gekommen. Ich hab gerade geschlagen. Boah, jetzt bist du wieder leise. Warum machst du sowas? Ich mache gar nichts. Alles ganz normal, wie sonst auch immer bei mir. Du hast gegen ein Mikro geschlagen gerade. Hab ich nicht. Du hast doch gerade gesagt, ich hab's gegen ein Mikro geschlagen. Nee, das mache ich mit. Das kann ich ausschalten. Komm, dieser Minecraft ist okay, der verdient's. Verspottet zu werden, ja. Der verdient's. Du sagst, haben wir gewonnen wahrscheinlich. Ja, wir können sie noch schlecht verlieren. Boah, hat der Junge dumm oder so? Weiß. Yeah. Geschafft. Party hard. Party on, guys. Äh, 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 äh. Ui, ui, ui. Oh, und hast du alte Schabrack gestorben. Die alte Schabrack. Mega Schabrackenblume. Yes, 6 zu 6. 6 von 6. Oh yeah, 15.000 Punkte. 12.265 Punkte. Ich bin Meister, auf Vorlagenmeister Gangster geworden. Opfer. Yes. Passt. So, was haben wir hier? Neuerfach Zombies. Nein, okay. Taufen. So, was bekomme ich denn? Bekomme ich fast Zombies? Nein, nein, nein. So. Reichtstück. Alles klar. Gut, ja dann. Ähm, mach mal Ende hier. Sehr wie XTV. 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 Was ist das für eine Ahnung? Oh Mann, die mir das so... Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich danke mich aber noch bei meinen Zuschauern fürs Zuschauen. Dankeschön. Okay, schaut doch beim nächsten Mal, weil ich mir mal... Schaut auch beim jeweils anderen vorbei. Und lasst auch bei beiden einen Kommentar, was ihr das so... Ihnen wollt. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschau. Dankeschön. Tschüss. Und es gibt keinen Grund, sie zu vergraben. Weswegen. Und sie zu beißen an sich bringt auch nicht wirklich viel. Ich will das dritte Mal da stehen, jetzt fresse. Ey, ich komm langsam, werde ich richtig abgefuckt. Ey, langsam werde ich richtig abgefuckt auf mich, ey. Krass, ey, ich hau mich jetzt langsam hier ab, ey. Ey, so geil. Das dritte Mal schon den Ingenieur gefressen. Das dritte Mal irgendwie zu blöde war gerade. Hammermäßig. Schießt mich jetzt nicht der Panzerkommandant von hinten ab. Schießt mich jetzt.